Servus auf Modellbau vorfahren, ich bin Engelbert und du bist im zweiten Teil dieses Zweiteilers gelandet. Den ersten Teil verlinke ich dir oben rechts bzw. in der Videobeschreibung. Und wenn du den ersten Teil schon gesehen hast, dann geht es jetzt weiter. Ja, servus nochmal, ich bin Engelbert und auf meinem Kanal geht es um Modellbau und Bausätze im Allgemeinen. Bei mir geht es nicht um Perfektion, sondern um die Freude am Bauen und dem Austausch von Ideen und Informationen. Wenn du also Tipps oder Tricks hast, die der Community helfen, dann würde ich mich freuen, wenn du diese in den Kommentaren mit uns teilst. In diesem Video zeige ich den zweiten Teil des Holzbausatzes von U-Gears. Der Traktor wird ohne Klebstoff aus 97 Gläser geschnittenen Teilen und Zahnstoffen zusammengesteckt und ist für die Modellbauer ab 14 Jahre geeignet. Da es mir in erster Linie um den Modellbau geht und nicht um YouTube, kommen meine Videos auch nicht regelmäßig. Weshalb ich dir empfehle, ein Abo da zu lassen und auch die Glocke zu aktivieren. Denn nur dann wirst du auch entsprechend informiert, wenn ein neues Video von mir online geht. Damit ist alles gesagt und ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Holz Traktor von U-Gears. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.